Was passiert in dieser Folge? So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dabei ist wieder mein Bre Also Freunde, wenn ihr mich supporten wollt, einfach kurz Kreative Code eintragen und ja, das wär's Ganz wichtig, nehmt den Titel nicht ernst, ich hab das nur so geschrieben, damit ihr halt euch ein Bild machen könnt, ob ich besser als Simeon und Arian bin oder nicht Deswegen schaut euch einfach das Video an, ich zeig euch erstmal kurz, wie gut ich eigentlich geworden bin Also ich zeig euch jetzt paar Baufights und so weiter in Kreative und dann geh ich in Random Duos rein, quasi in Duos rein, aber alleine Und versuch dann 20 Kills zu machen, let's go würde ich sagen und wir starten Hä, was passiert mit Duos? Wo ist Schooltrooper? Leute schaut mal an, ich bin einfach kurz auf meinem Schooltrooper Account geswitcht und ich zeig euch jetzt kurz, wie gut ich eigentlich geworden bin Und ja, ihr könnt jetzt dann eigentlich bewerten, ob ich dann eine 20 Bomb schaffen werde Okay Freunde, ich würd sagen, so das war jetzt genug, ihr wisst jetzt wie ungefähr ich spiele, editieren mal ein bisschen die Mauer Ich muss euch so vorstellen, Freunde, ich bin grad nicht so gut eingespielt, sondern würde es auch ganz anders aussehen Okay, ich würd sagen, das war's erstmal Was meinst du, Bro, sollen wir direkt in Duos reingehen und zeigen, was ich drauf hab Okay Freunde, jetzt wird alles zerstört So Freunde, ich weiß, ob ihr das kennt, aber als Schooltrooper, wenn wir in der Lobby sind, da kommt jeder Zweite auf einen zu Aber grad irgendwie nicht Komm, mach mal Duell, komm Duell, du musst jetzt mal Als Software, der macht, er macht einmal Bum-Bum-Schar-Lachen mit der Zahnseide Junge, lass Zahnseide in Ruhe Komm, wir landen jetzt hier bei A. Johnsy Kennst du A. Johnsy? A. Johnsy ist mein Vater Das sind alles professionelle Arena-Player Also auf meinem anderen Account hab ich so 6K, aber hier hab ich halt nur so 800 Mal gucken, was sich ergeben wird Oha, wie kannst du mich denn treffen? Ich hab einfach keine Mets, mein Digga, das ist so eklig Moin I'm fast as fuck, boi Where he denken he is R, hä? Hä? Der war ja komplett lost Alter, 3 Kills schon Wenn wir jetzt Jules holen, der epische Sieg wäre schon echt Bombe, Digga Ich geh jetzt von hier unten Der oben ist einer, Digga Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr Bitte helfen Sie mir Hat gar nichts mehr gecheckt, Digga Let's go, man Let's go, Benji Benji Digga, was, ein Loadout Let's, let's go Ich muss jetzt halt irgendjemanden noch holen Ah, okay, da vorne sind welche Hat nichts mehr gemacht Ich schwör der Arme, Bro Wir haben hier schon 7 Kills Das kann, das kann echt was krasses werden Der spielt gerade um sein Leben, Digga Weißt du, was wir jetzt mit ihm machen? Alles klar, Digga Von wo denn? Ha, Digga Der war ja komplett drauf Ja, Moin, Digga Musst kurz heilen gehen Was drücken die für Hits, Digga Alter, aber ich hab echt Glück Was passiert mit OG Skull Trooper, Man? Oh mein Gott, ich bin dead Ich bin dead Ich muss mich kurz heilen Egal, soll er kommen? Ich geh dann direkt wieder weg, Bro Wenn er kommt Ich muss halt hier irgendwo was zum Heilen finden, weißt du? Wie heißt ein Junkpad auf Drogen? Auf was? Auf Drogen Keine Ahnung Ja, easy, Freunde Wir haben so gut wie gewonnen, sag ich mal Stell dir vor, wir machen jetzt noch 20 Kills, Digga Let's go Was? Aus demnächst Okay, jetzt müssen eigentlich Ah, wir müssen weiter zur Zone Bro, die Zone ist halt voll weit weg Da vorne ist einer Das hat Todesreichweite, Bro Ich komm damit halt immer nach oben Oh Schau mal, was macht der denn? Ah, das ist ein Gott, ja Jetzt hab ich halt endlich Shield von denen Also ich würde schon gerne so 15 Kills machen, Digga Jetzt haben wir im Boot, Bro Wo ist er? Der ist gepattet, Bro Der ist mit dem Junkpad weggegangen Du musst irgendwo hier sein Ah, shit Der da vorne ist Was? Bro, wie viele Junkpads willst du noch? Ja, Moin Bloom, Digga Aber das ist nichts Was? Da ist ein Gegner Wir sind jetzt richtiger Dings Ninja geworden Ja, Moin, Digga Einfach Bloom, Bloom Ich sagte halt, er holt mich, Digga Das wäre richtig Aua gewesen Alter, der hat immer so viele Splashies, Bro Stirb, 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 Stirb Digga, jetzt go Ich hab halt keinen Bock, dass mein Kill geklaut wird, weißt du? Ja Er ist tot, let's go Digga, 13 Kills Das ist nicht schlecht, Mann Oh mein Gott Wie kann er mich da treffen, Bro Schau mal, was er da baut, Digga Er kommt gerade mit diesem Dings dahin Okay, ich bin eigentlich in der Zone Wenn ich jetzt den Medikit durchziehen kann, dann bin ich echt gut dabei Oh mein Gott Wenn man den ersten Hit trifft, ist es richtig gut Das ist vorbei Hab ich den ersten Hit nicht getroffen? Achso, hä Ich hab gedacht, ich hab 60er gegeben ihm oder so Lol, keine Ahnung, Digga Sag ich teilt, ich weiß nicht mehr Schau, das ist diese andere Diese andere Waffe, die richtig okay ist Das ist der Weißt du, was es mit dir macht? Ja genau, warte, schau mal Richtig geil Digga, richtig geile Kombi Ich gönne mir einfach nen Biggie kurz Bester Mann Digga Oh, hard, Digga Chill, Bro Er versucht hier gerade zu machen Ich werdeрыst um Okay, letztendlich Das ist das Ich werde dich Let's go, Benji Digga, das war echt ne geile Runde, sei ehrlich Krass, Digga, ich sag dir echt Was sagst du dazu? Bin ich besser geworden? Schon, ne? Okay, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, wo mein Bruder mir zuschaut Oder ich vielleicht ihm beim nächsten Mal zuschaue Einfach kurz ein Abo dalassen, kostet ja für euch nix Und ihr bekommt immer Benachrichtigungen, wenn ich was hochlade Ansonsten an meine Community, ich adde jeden, also quasi jetzt nicht jeden von euch Aber abends, adde ich immer ein paar Leute, deswegen unbedingt euren Epic Games Namen kommentieren Und den Like Button komplett schakalak machen, dass der bei 10.000 ist Ansonsten schaut mal mein Bro vorbei, Kuss geht raus, ciao, ciao, wir sehen uns morgen Und schaut mal mein Skin an, der ist geil Und Dings, ich hab noch einen OG, Schwarzen Ritter, feier ich auch mega Ja egal, aber ich wollte ihn kurz zeigen, also ciao